Ich weiß gar nicht, beide Füße in eine Tüte oder? Ja, natürlich. Und dann immer hüpfen, ne? Genau. Ich probiere das jetzt aus. Das sieht nämlich schon super aus. Du musst das einfach nur richtig machen. Dann sieht das total gut aus. Sauer? Ne? Ja, mit dem Knoten innen auch. So. Mache ich das so? Und dann ist das schon mal super, ne? Oh, warte. Jetzt kommt der zweite dran. Das sieht ja wohl gut aus, oder? Hoffentlich sieht uns hier keiner. So. Jetzt alles voller Mücken. Oder Hirschlausfliegen, oder sowas. So, jetzt noch... ...noch einen Beutel über den Kopf, ne? Und dann ab in die Anstalt. Hahaha. So. So, jetzt geht's los, ne? Sehr gut. Na, na. Uh, das wird bestimmt ne Rutschpartie. Na, Vater find's lustig, ich find's gut. Gab jetzt schon so ein paar Situationen, ein Kniefall, ein halber Spagat. Jetzt... Jack, bleib mal lieber ein bisschen weg von dem. Zu gefährlich.